Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Mein Name ist Kurzgedanke und das hier ist Professor's Talkshow, ein Pokémon-Podcast in der 10. Episode. In meinen Notizen steht 23. Mai, das ist aber falsch. Wir haben heute den 30. Mai 2021. Genau, in der 10. Episode Professor's Talkshow heute. Fangen wir an mit, vor allen Dingen in eigener Sache. Letzte Woche Samstag ist meine Aufnahme leider entfallen und das hatte einen relativ wichtigen Grund und zwar hatte ich einen Impftermin, also sowohl wichtigen als auch freudigen Grund, mit AstraZeneca und das hat mich ziemlich aus dem Leben geworfen. Das hat mich ziemlich gut getroffen, die Impfnebenwirkung dessen. Ich hatte Schüttelfrost, ich hatte Kopfschmerzen, ich musste mich übergeben. Das war alles nicht sonderlich angenehm. Das ging dann aber nachher mit Paracetamol und das war dann relativ gut erträglich. Ähm, was ich aber allerdings nochmal sagen möchte ist, falls euch oder falls ihr die Möglichkeit habt, euch impfen zu lassen, dann tut das auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig für einen selbst, aber auch für diese Pandemie insbesondere. Falls ihr Menschen habt oder Verwandte, Bekannte, die über 60 Jahre sind und sich eventuell Angst haben, mit AstraZeneca zu impfen, ähm, könnt ihr, wenn ihr zumindest die Kraft dafür habt, gerne versuchen, diese zu nehmen und, ähm, zu sagen, dass AstraZeneca immerhin und weiter noch ein sehr, sehr guter Impfstoff ist, für die Pandemie, für einen selbst vor einer tödlichen, also auf jeden Fall vor tödlichen Verläufen schützt, ähm, genau. Dass eventuell auch gerade ältere Menschen, äh, mehr AstraZeneca nehmen, um auch gerade Biontech für Jüngere bereit zu halten, die eventuell nicht den Luxus haben, so wie ich, AstraZeneca nehmen zu können. Genau, das war das kurze Real-Life-Update von mir, weswegen es letzte Woche keine Episode gibt. Diese Episode wird allerdings auch sehr, sehr lang werden, aufgrund dessen, dass es keine war, aber auch, weil wir so viele und spannende News haben. Und fangen wir mit der ersten an. Da geht es tatsächlich eher weniger um Pokémon, also schon auch, aber eher mehr indirekt. Und zwar gab es von Bloomberg einen zweiten Artikel zu der neuen Nintendo Switch oder der Revision der Nintendo Switch, eigentlich glaub ich eher. Es gab ja schon vor ein paar Monaten neue Gerüchte, auch wiederum von Bloomberg, was auch der Grund ist überhaupt, warum ich in diesem Podcast darüber spreche, weil ich mir denke, dass Bloomberg zumindest eine relativ seriöse Quelle ist und die nicht unbedingt anfangen würden, Gerüchte zu streuen, wenn sie diese nicht irgendwo auch backupen können. Also sehe ich das Ganze schon halbwegs vertrauenswürdig an. Ähm, und in dem zweiten Artikel, Nintendo Planets Upgrading Switch Replacement as soon as September, gab es dann auch so ein Release Date mehr oder weniger dafür. Und zwar wird da spekuliert, dass es die Ankündigung der neuen Switch noch vor der E3 kommen soll, damit auf der E3 die Spiele vorgestellt werden können für die Nintendo Switch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die E3 in den letzten Jahren irgendwie kaum auf dem Schirm gehabt, einfach weil sie so sehr an Relevanz verloren hat, zumindest gefühlt für mich, ähm, dass ich da wenig zu sagen kann, ähm, das Ganze oder auch, also wenig zu sagen kann, wenig zu sagen kann, inwieweit Nintendo auf einer E3 repräsentiert ist. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass das der Fall so sein wird, kann aber auch totale Spekulation sein, da es von Bloomberg kommt, würde ich dem tatsächlich ein bisschen mehr Gewicht geben. Sie soll wahrscheinlich teurer als 299 Dollar sein, was ja auch der Preis der ersten Switch war, die dann halt hier in, ähm, in Deutschland so, glaube ich, so um die 320 Euro gekostet hat. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel teurer das wird, ob man sich da mehr an die, äh, an die anderen AAA-Konsolen dran wagt, also eher mehr so an die 400, 500 Euro, wie es bei, wie es bei Sony und Xbox der Fall ist. Ähm, Produktion soll auch tatsächlich Anfang Juli schon anfangen, ähm, und dann quasi hochgehen zu Oktober, September, äh, Dezember, wo die, äh, dann auch tatsächlich, wie gesagt, im September eventuell erscheinen soll. Es gibt natürlich momentan einen Shortage, ein, was heißt, was, was, was wäre Shortage gut übersetzt, ein, ein Mangel an Semiconductors, also an Chips. Die Nintendo Switch, die neue, soll davon nicht betroffen sein, sagt dieser Bloomberg-Artikel, ich hab ihn nochmal verlinkt, ihr könnt ihn also nachlesen. Ähm, Ähm, und was die neue Konsole selbst können soll, ist ein 7-Zoll-Samsung OLED-Display und natürlich ein besserer Nvidia Tegra-Chip mit, ähm, 4K-Output im Dock-Mode und man munkelt eventuell auch noch ein bisschen DLSS, das ist dieses Upscaling-Verfahren, wo man halt quasi, ne, ne, 1080 Source zum Beispiel hat, ähm, und die dann mit Machine Learning dann halt auf 4K upscaled und das Machine Learning dann halt die restlichen Pixel, die halt quasi fehlen, mit dazu rechnet. Das ist eigentlich ganz cool, das funktioniert bei den neuen, ähm, 30er-Series-Grafikkarten eigentlich ganz gut schon und sieht ganz schick aus, als wenn natürlich für die Switch wäre das richtig heftig, wenn sie das mitbringen würden und man einen natürlich nicht, also das ist natürlich kein True-4K-Output hat, aber ich sag mal, schon relativ nah an True-4K-Output, das wär schon ziemlich nice, äh, bin ich sehr gespannt auf jeden Fall drauf. Ich für mich persönlich hoffe, dass die Switch leichter wird, denn ich find die normale Switch ein bisschen zu schwierig, weswegen ich meistens ne Switch Lite habe, ähm, die Switch Lite soll weiterhin bestehen bleiben, ohne Revision. Was ich tatsächlich relativ spannend finde, da die Switch Lite dann ja andere Prozessorentechnik hat, also deutlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich deutlich schlechter performt, ähm, da bin ich gespannt, wie das dann mit den, mit den Spielen aussieht, ob die Spiele dann quasi zwei Grafikeinstellungen haben, einmal für so eine Switch Lite und einmal für die, die große Switch, die dann halt wesentlich besser aussieht, ähm, und dann die Switch Lite quasi nur ne abgeschwächte Grafikvariante von den Spielen bekommt. Ich weiß es nicht, wir werden's sehen, ich bin sehr gespannt, was das auch insgesamt für den Nintendo-Markt oder für den Nintendo-Switch-Markt bedeutet. Ähm, von dem, ja, von den Gerüchten, ich möchte noch von Gerüchten sprechen, gehen wir über zu handfesten Sachen, und zwar zu den Release-Dates der neuen Pokémon-Spiele. Fangen wir kurz an mit strahlender Diamant und leuchtender Perle, die sollen am 19. November 2021 erscheinen, ähm, als Einzelvariante oder im Dual-Pack, also wo dann beide Varianten zusammengekauft werden können für wahrscheinlich 120 Euro, ähm, ansonsten werden die wahrscheinlich auch wieder 60 Euro kosten, man kann sie schon bei, tja, eigentlich so gut wie allen großen HändlerInnen irgendwie vorbestellen, genau, das dazu, 19. November, jetzt kein sonderlich überraschendes Release-Date, ich bin sehr gespannt, was Ilka da macht, gerade spiele ich noch Diamant durch, also ich bin immer noch dabei, ich bin 20 Stunden darin, äh, ich hoffe, ich schaffe das, bevor strahlender Diamant und leuchtende Perle rauskommt, ich werde es wahrscheinlich auf jeden Fall spielen, ich weiß noch nicht, welche Variante ich anfangen möchte, vielleicht fange ich mit Perle an, weil ich gerade Diamant-Spiel, schauen wir mal, viel spannender allerdings ist das Release-Date von Legend Arceus, äh, mache ich dafür nochmal eine neue Kapitelmarke, und zwar soll das Ganze erscheinen am 28. Januar 2022, da ist gar nicht mal so viel Abstand zwischen und das ist schon relativ bald, ähm, und einige Stimmen in diesem Internet waren davon sehr verwundert, dass dieses Spiel so früh rauskommen soll, ähm, ich bin davon teilsverwundert, es war ja schon angekündigt, dass Legend Arceus im, im Anfang nächsten Jahres rauskommen soll, das haben sie ja schon auf der, auf der Pokémon, ne, Pokémon Direct, Pokémon Connect, wie hieß dieses Event damals, es war auf jeden Fall schon angekündigt, dass es Anfang nächsten Jahres rauskommen soll, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es Ende Januar rauskommt, weil damit habe ich bei Anfang nächsten Jahres ehrlich gesagt auch absolut nicht gerechnet, ähm, ich finde das aber glaube ich nicht schlimm oder nicht sonderlich schlimm, weil ich das cool finde, dass man strahlender Diamant und leuchtende Perle als Echtzeit- Abenteuer quasi durchspielen kann und dann direkt, ähm, quasi knapp drei Monate später oder zwei Monate später, ähm, mit der, mit der Vergangenheit weitermachen kann, ich finde die Idee irgendwie relativ cool tatsächlich und, ähm, ich würde glaube ich gerne nochmal auf die, auf die Kritik eingehen, dass das so früh released wird, ähm, spannend wäre jetzt natürlich, ja, das hätte ich jetzt nachgucken sollen, wann kam Schwert und Schild raus, Pokémon Schwert und Schild, mach mal kurz Live-Googling, das, das können wir in dieser Show ganz gut, ähm, pokewiki.de sagt, die beiden Spiele wurden am 27. Februar 2019 erst mal auf einer Pokémon-Rack angekündigt, am 15. November 2019 sind sie dann erschienen, hm, da liegt ein Jahr zwischen, das ist tatsächlich nicht so viel Entwicklungszeit, also, 2020 liegt dazwischen und 2021 liegt dazwischen, wahrscheinlich ist das Spiel schon, schon fast fertig, mehr oder weniger fertig, Ende des Jahres auf jeden Fall, da gibt es wahrscheinlich nur noch Patchnotes, ähm, das sind zwei Jahre Entwicklungszeit, wahrscheinlich wird Game Freak zwei verschiedene, ähm, Entwicklungsteams haben und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man erst seit zwei Jahren an dem Spiel arbeitet, ich glaube, da arbeitet man schon ein paar mehr Jahre dran, ähm, weswegen ich den frühen Release-Date gar nicht als so gefährlich ansehe, ähm, verschieben kann man den jetzt sowieso nicht mehr, da liegen ja gerade bei Pokémon die ganzen Merch-Runs mit dran, TCG, TCG, TCG-Produkte, Animes, ähm, also, da liegt ja einiges mit dran, also jetzt gerade viel verschieben kann man da nicht und wie gesagt, ich glaube, da wird schon länger als zwei bis drei Jahre dran entwickelt werden, ähm, weswegen ich ehrlich gesagt relativ gute Hoffnung habe, dass das ein schönes und gutes Spiel wird, es wird wahrscheinlich kein, absolut kein perfektes Spiel werden, weil es halt auch die erste Generation ist und auch gerade das ganze 3D ja auf der Switch noch relativ neu oder es fühlt sich zumindest an, als wenn es noch relativ neu für Game Freak wäre, aber, auch wenn ich mir jetzt die Wild Area angucke, die hat auch durchaus ihre schönen Momente, also die ist ja nicht unbedingt hässlich, natürlich, die Baumtexturen sind hässlich, da brauchen wir auch nicht drüber reden, und ich glaube, wir werden auch solche Baumtexturen wieder in Legend Arceus begegnen und die werden auch da wieder hässlich sein, aber ich glaube allgemein, Game Freak kann ja schönes 3D, das können die ja, ne, die müssen das halt nur irgendwie gucken, vernünftig umzusetzen und gerade diese Pokémon Models, die sind, ich weiß gar nicht, in welcher Doku ist, die ich mal gesehen habe, die sind ja vor vielen Jahren mal entwickelt worden, mit einem relativ auch hohen, ähm, Polygon Count, um die halt zukunftssicher zu machen und ich glaube, je mehr wir uns, also je weiter wir uns entwickeln, sowohl mit der Switch und mit den Entwicklungsfähigkeiten auf der Switch, ähm, und vor allen Dingen auch mit der Hardware wahrscheinlich selbst, ähm, werden wir da wirklich schöne Grafik erwarten können, die eventuell hässliche Baumtextungen hat, aber was allgemein ein schönes Spiel, auch, äh, auch ein Breath of the Wild, guckt man sich das im Detail an, ist das gar nicht mal so schön, dieses Spiel, aber aufgrund dieser Landschaft und die, die, die Felder, die da gezeigt werden, wird das halt einfach ein extrem schönes Spiel, ähm, und ich glaube, ein ähnliches Phänomen werden wir auch bei Pokémon Legend Arkies erwarten können, eventuell nicht ganz so nice wie bei Zelda, aber zumindest in einer Richtung, ähm, die angenehm ist und da freue ich mich drauf, ich freue mich sehr auf dieses Spiel, ich bin sehr gespannt, ähm, was wir da auch so Feature-technisch noch erwarten können, weil da gab's ja bis jetzt tatsächlich noch nicht relativ viel, außer laufe da rum und werfe, werfe Pokébälle auf Pokémon, das ist jetzt ja nicht unbedingt, ähm, das Spielprinzip, was uns, äh, Stunden daran binden wird, wahrscheinlich nicht, gehe ich zumindest von aus, hoffe ich zumindest, ähm, ich bin gespannt, wir werden sehen, das ist zumindest das Release-Set, ich sag das nochmal, 28. Januar, Legend Arkies, und 19, äh, und 19. November 2021, strahlender Diamant und leuchtende Perle. So, wir sind bei Software-Produkten, da gehen wir direkt weiter zu Pokémon Home. Home bekommt nämlich ein Update und zwar gibt es einen Fang-Kalender, das heißt, da könnt ihr sehen, wann ihr bestimmte Pokémon gefangen habt und ihr könnt Jahresdaten festlegen für diese Pokémon, wenn ich das jetzt richtig, äh, verstanden habe und ihr könnt in der Switch-Version im Pokédex die Pokémon aus verschiedenen Perspektiven betrachten, ich gehe davon aus, es wird so eine 3D-View geben, ähm, spannend ist da aber eventuell, dass es ein Giga-Dynamax, Shiggy und Bisasam, ähm, sowohl in Home geben wird, als auch in Schwert und Schild, haltet dafür also eure Augen offen, ich gucke mal, dass ich das eventuell auf dem Twitter-Account Professor Talks, ähm, Retreater, wenn es das Giga-Dynamax, äh, Shiggy und Bisasam gibt, das kann sich dann schön einreihen zu dem Glumanda, welches von, äh, Leon damals gegeben hat. Genau. Dann Pokémon Go. Da habe ich eine kleine Kritik. Und zwar gab es ja zu dem Illumierenden Legenden X, was gerade läuft, ähm, die Kampfherausforderung gegen Team Go-Rocket-Rüpel und das ist ja so ein weltweites Event, wo halt quasi, oder wo wir als Trainer in weltweit eine bestimmte Anzahl an Team Go-Rocket-Rüpeln ähm, besiegen sollten und wenn wir das schaffen, schaffen, schalten wir für die zweite Hälfte des Events, die gerade noch läuft, glaube ich, ähm, aber bald endet auch ein, äh, Fangbonus frei. Und ich glaube, zu dem Freundschaftsevent gab es eine Anzeige in Pokémon Go selbst, wie viele damals Pokémon man gefangen hat. Und ich finde das ein bisschen schade, dass diese Anzeige aus Pokémon Go selbst rausgegangen ist und jetzt auf den Twitter-Account verlegt wurde, der dann zum Beispiel schreibt, Trainer, ihr habt schon 75% der Herausforderung geschafft. Wenn ihr ein paar Kampftipps für andere Trainer habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ich weiß nicht, ich fand, das war irgendwie cooler, als es direkt im Spiel drin war, weil dann hat man so ein, so ein Gefühl von, ich mache was, ich beeinflusse da was, ähm, ich kann das direkt sehen, was ich beeinflusse und was ich mache. Wenn ich so einen, so einen Rocketrüppel, ähm, besiege und dann in die, das war glaube ich in dem, in dem, in dem Heute-Tab drin, ähm, kann ich direkt sehen, was ich gemacht habe und so kriege ich auf dem Twitter-Account irgendwie, Trainer, ihr habt 75% der Herausforderung geschafft, das ist irgendwie, das, das fühlt sich so, so arbiträr an, also, natürlich wird das wahrscheinlich von Niantic gesteuert werden, dass wir immer diese Herausforderung schaffen, ähm, einfach weil Niantic auch will, dass man sich cool fühlt und gut fühlt, das ist auch vollkommen okay, da habe ich auch gar keinen Kritikpunkt dran, aber ich finde, wenn das auf dem Twitter-Account passiert, dann interessiert das für mich, also interessiert mich das nicht, dann ist es, das ist irgendwie wertlos für mich und ich habe halt dieses, ich fühle mich cool und ich fühle mich gut gefühlt, leider nicht, als das, wo es in der App war, das würde ich kurz als Kritik anbringen, vielleicht kann man das mal an Niantic weitertragen, ich bin ja immer noch der großen Hoffnung, dass Niantic diesen Podcast hier mithört und jetzt alle losrennen und sagen, wow, dieser Professor, recht, da, dass das Game wir jetzt sofort ändern, tja, ich glaube, das passiert nicht, aber man, man kann ja seine Hoffnung noch haben, ähm, apropos Niantic, es gab wohl einige Fehler bei dem Shiny Galaponita-Event, davon habe ich tatsächlich nichts mitbekommen, also ich habe mich tatsächlich ein bisschen verwundert, warum es so wenig Galaponitas gibt und warum ich so wenig Shinies gesehen habe, vor allen Dingen so auf Screenshots oder sowas, das wird wahrscheinlich der Grund dafür sein, dafür gibt es, ähm, eine Entschädigung von Niantic, beziehungsweise ein kleines Event vom 1. Juni bis zum 8. Juni, dort könnt ihr Galaponita häufiger in sieben Kilometern Eiern antreffen oder schlüpfen lassen, ebenso gibt es eine zeitbegrenzte Forschung mit Galaponita und Bonus-Items, genau, dafür, dass es anscheinend in den Raids keine Shiny Galaponitas gab, dafür wird es jetzt wieder gut gemacht, ich freue mich darüber sehr, ich finde Shiny Galaponita oder ich bin generell, das Galaponita ist ein sehr, sehr cooles Pokémon, ähm, da hätte ich tatsächlich auch eine Scheine-Variante davon, ich, mir ist es nicht genug wert, dass ich jetzt Raids farme für einen Euro, aber das, ich habe, glaube ich, zwei oder so tatsächlich gemacht, ähm, aber jetzt nicht in so lange, bis ich ein Shiny-Teil habe, äh, aber natürlich die Timed Research, also die zeitlich begrenzte Forschung, werde ich natürlich mitmachen für Galaponita, weil, wenn ich da einen Shiny kriege, das wäre natürlich relativ nice, 1. bis 8. Juni und dann gibt es die Ankündigung, also nicht die Ankündigung, aber die große Ankündigung zumindest, für den Community Day mit Kaumalat, Kaumalat, Gibbel, Englisch ist da deutlich einfacher, findet statt am 6. Juni von 11. bis 17. Uhr, dabei erscheint natürlich Kaumalat wie immer häufiger in der Wildnis und mit Glück sogar ein Shiny, Knacksel, das, ähm, während des Events oder zwei Stunden nach dem Event entwickelt wird, kann dann, oder das, das, das Knackrack, was die, die Entwicklung ist, kann Erdkräfte erlernen als Attacke, es gibt natürlich wieder eine 1280-Poke-Münze, Box, äh, mit 50 Hyperbällen, 5 Rauch, 5 Glückseier und eine Top-Lade-TM, die ihr, glaube ich, nur in diesen Dings bekommt, wenn ich mich nicht vertue, ähm, dazu gibt's natürlich auch eine exklusive Spezialforschung wieder für ein Euro, diese heißt Just a Nibble, die werde ich mir natürlich auch wieder gönnen, ich werde den Community Day hoffentlich auch wieder spielen, sollte eigentlich passen, ähm, ich hoffe, es gibt natürlich wieder einen Rauch auf der, in dem ersten Tier von der Spezialforschung, wie ich das in meinem letzten Podcast, äh, schon fröhlich über den letzten Community Day erwähnt hatte und davor mich natürlich beklagt hatte, dass es das nicht gibt, äh, als Boni für dieses Event gibt es dreifache Fang-EP, was natürlich auch richtig nice ist, das heißt, ihr könnt alle eure Glückseier poppen und dann nochmal, ich weiß gar nicht, Glückseier machen nicht doppelte EP, glaube ich, oder? Ich glaube, die machen 0,75-fache EP, also dann, ne, so viel Kopfrechnung kriege ich jetzt nicht hin. Auf jeden Fall eine Menge EP, die wir natürlich alle brauchen, um Level 40 zu werden. Das war der Community Day mit Kamauld, 6. Juni, 11 bis 17 Uhr. Jetzt wird es lang. Und zwar gab es die Ankündigung für das Pokémon-Go-Fest 2020, also die Ankündigung gab es ja letzte Woche schon, oder davor die Woche habe ich hier, glaube ich, schon erwähnt, tatsächlich, im Podcast. Das ist natürlich wieder das, oder natürlich wieder immer noch, das 25-jährige Pokémon-Jubiläum als auch das 5-jährige Pokémon-Go-Jubiläum, Geburtstag, Jubiläum, Geburtstag, ich weiß es nicht, was die richtige Variante hier ist, stattfinden wird das Go-Fest am Samstag den 17. und Sonntag den 18. Juli, das ist ja auch schon nächsten Monat, nächsten Monat, ich weiß es gar nicht, bald auf jeden Fall, ähm, der Preis wurde gesenkt von 15 auf 5 Euro und ist natürlich wieder ein weltweites Event. Offizierter Sponsor des Events ist Google Play, dazu kommen wir nochmal nochmal am Ende, nachdem ich versucht habe vorzutragen, was es bei diesem Go-Fest 2021 alles gibt. Wie erwähnt, es sind, ähm, zwei Tage und je nachdem, ob ihr euch das Ticket gekauft habt oder nicht, bekommt ihr nochmal Sachen dazu. Am 17. Juli gibt es für alle SpielerInnen vier stündliche Habitate, einmal ein Dschungel, ein Würstengebiegel, ein Meerestrand und Höhle, also wie es bei dem, ähm, wie es bei der Kanto-Tour schon gab, nur da waren es ja die unterschiedlichen, waren es da die Städte oder die Routen? Das weiß ich jetzt nicht, ich glaube es waren die Städte, gibt es jetzt hier Habitate und je nach Habitat werden unterschiedliche Pokémon spawnen, das lese ich jetzt tatsächlich nicht vor, die News stammt wie immer von Pokémon Go Live, Go Live.com wie alle anderen News davor auch, bis auf die allererste, die kommt von, äh, verdammt, ja, irgendwann, irgendwann gewöhn ich es mir an, also alles, was ich hier von Pokémon vorlese, kommt meistens von Pokémon, otherwise, sage ich es, wie das ist, eine News von Bloomberg oder sowas kommt, gibt es selten, ähm, jetzt bin ich hier raus, Moment, hier, Go Fest, genau, ähm, die genauen Pokémon lese ich jetzt nicht vor, die könnt ihr auf Pokémon Go Live.com selber durchlesen, es gibt verschiedene Pokémon in Raidkämpfen, ähm, es wird eine Musik geben, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die, doch, die gibt es glaube ich nur für bezahlte, also das, die, die, die vierstündigen Habitate gibt es für alle und jetzt kommen wir zum bezahlten und zwar übernehmen wir die Leitung eines Musik Festivals und dafür gibt es natürlich eine Spezialforschung, wo wir ein mysteriöses Pokémon T-Shirts und exklusive Posen erhalten können. Junichi Mas, Masuda, ähm, hat extra für dieses Event zwei neue Musikstücke komponiert, die ihr in Pokémon Go hören könnt, einmal ein Rock'n'Roll Song und ein Elektropop Song, ähm, auf Basis des Rockers oder des Star-Pikachus und auch andere BandmitgliederInnen können ausgewählt werden, zum Beispiel, äh, Galar Ponita oder ein Galar Zigzag, ähm, es wird wieder Arenen für eine globale Herausforderung geben, wo es jede Stunde neue Boni geben wird, also wo wir eine Stunde lang eine globale Herausforderung, ähm, schaffen müssen, dass dann die, äh, ja, die Boni für die nächste Stunde dann aktiviert wird, glaube ich, oder für diese Stunde, für die nächste Stunde, das weiß ich noch nicht genau, das werden wir sehen, ähm, dazu gibt's noch vier Sammler-Herausforderungen, auch wiederum je nach Habitatstunde und bestimmte Pokémon können von Rauch angelockt werden, ähm, es gibt eine erhöhte Shiny-Chance und, was spannend ist, es werden Inkognito spawnen und zwar Inkognito F und Inkognito G, ähm, dazu wird es, Inkognito F und, äh, Moment, jetzt muss ich hier kurz, äh, ja, genau, Inkognito F, Jiotesto und Karadonis erscheinen zum ersten Mal als Shiny-Variante in Pokémon Go. Huh, ich hoffe, alle sind mitgekommen, ich hoffe, das war nicht ein allzu großes Durcheinander. Es passiert relativ viel in diesem Event, äh, wie gesagt, nachlesen Pokémon-Go-Life.com alle Links in den Shownotes, das war der erste Tag, kommen wir zum zweiten Tag, den 18. Juli und da gibt es wieder für alle, ähm, dass es sich allgemein am Sonntag um Raid-Kämpfe geht und es werden alle Pokémon, die am Samstag in den verschiedenen Habitaten zu finden sein, die ganze Zeit durchgehend in der Wildnis zu finden sein. Dazu gibt es, falls ihr ein Ticket habt, 10.000 zusätzliche EP in Raids. Ihr könnt bis zu 10 Raid-Pässen erhalten, wenn ihr an Fotoscheiben dreht, also an Pokestops dreht. Das sind, diese 10 Raid-Pässe sind keine Fern-Raid-Pässe. Das sind echte, normale, also stinknormale äh, Raid-Pässe. In einer befristeten Forschung könnt ihr bis zu 10 Fern-Raid-Pässen kriegen. Dazu gibt es noch eine kostenlose Event-Box, von der, das weiß ich jetzt tatsächlich, das könnte ich nicht hundertprozentig rauslesen, ob diese nur für die, für, für, für Menschen mit Tickets gilt oder ob es die für alle gibt. Eine kostenlose Event-Box mit drei Fern-Raid-Pässen ähm, und alle Pokémon, die durch, die am Samstag durch den Rauch angelockt werden konnten, werden wieder am Sonntag angelockt. Dazu gibt es an beiden Tagen wieder die Trainer-Fotos in der Heute-Ansicht, wie bei der Kanto-Tour, was ich eigentlich ganz cool fand und süß fand, drei Stunden lang, ähm, oder drei Stunden funktionierende Lock-Module, ähm, falls ihr, äh, Eier während des Events in Boot-Maschinen packt, werden die, oder können die doppelt so schnell äh, schlüpfen und es gibt wieder eine exklusive Feldforschung und noch vieles mehr. mit Ticket habt ihr wieder die, äh, oder habt ihr die Chance auf exklusive Event-Sticker und Überraschungen bei Schnappschüssen. Dazu spawnen während des ganzen Events Inkognito F und G mit Rauch. Oh, das war lange. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt und nichts vergessen. Es gibt, äh, auf PokemonCenter.com und im Niantic Shop noch, äh, spezielle Pokemon Go Fest T-Shirts. Den Pokemon Center Shop kriegen wir leider nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das mit dem Niantic Shop aussieht. Es gibt noch Bonuspunkte für, äh, Menschen mit Android und Google-Account. Ich lese das mal kurz vor, weil ich bin davon tatsächlich nicht betroffen. Äh, tippt im Shop auf das Symbol für das Pokemon Go Fest 2021. Tippt auf Kaufen. Zweitens, nun wird ein Pop-Up angezeigt, dass ihr ein Ticket für das Pokemon Go Fest 2021 erhalten habt. Drittens, nachdem ihr auf OK getippt habt, wird das Ticket in eurem Item-Beutel hinzugefügt. Viertens, an den Tag vor dem Event erhaltet ihr eine Medaille. Wenn ihr die App während des Event-Zeitraums am Samstag oder Samstag öffnet, wird der Zugang zum Pokemon Go Fest freigeschaltet. Auch die Spezialforschung stimmt, ihr müsst auf jeden Fall wieder während des Events spielen oder zumindest mal anmachen. Nachdem ihr die App Spezialforschung gehabt habt, könnt ihr jederzeit abschließen. Okay, Moment, das beschreibt jetzt nicht das, was mit diesem Google Play Gedöns los ist. Ah, hier. Falscher, falscher Tipp. Auch Google Play hat als offizieller Sponsor das Pokemon Go Fest 2021 ein paar lustige Überraschungen und exklusive Vergünstigen für euch auf Lager. Multiplikator für Google Play Punkte. Ab jetzt bis zum 30. Mai erhalten Google Pay Mitglieder in viermal so viele Google Play Punkte für alle Käufe in Pokemon Go. Auch für Tickets, also für das GoFest Tickets. Vom 12. bis 18. Juli gilt das außerdem eine besondere Sammelrate. Wenn ihr noch nicht registriert seid, könnt ihr das hier nachholen. Trainer mit Android-Gerät erhalten am Samstag, den 17. Juli, ein exklusiv gesponsertes Geschenk, das bei Pokemon Go Fest sehr nützlich ist. Weitere Informationen folgen. Es gibt Bastelvorlagen für Trainer auf der ganzen Welt. Das war die Ankündigung des Pokemon Go Fests. Wie gesagt, ich hoffe, es ist alles gut durchgekommen. Es wird ein lustiges Event hoffentlich. Ich mochte die Kanto-Tour tatsächlich auch schon. Ich fand das cool. Ja, ich habe mein Ticket tatsächlich schon gekauft. Das könnt ihr jetzt schon im Shop kaufen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Und zwar habe ich mir gekauft ein Inteleon wie Liga Kampfdeck. Das ist jetzt erhältlich. Und ich bin ein großer Freund dieser Liga Kampfdecks, weil die ein halbwegs tatsächlich gutes und kompetitives Deck zusammenstellen, was man gut spielen kann. Und durch den Online-Code natürlich dann auch im Online- oder ja doch im Online-Client des Pokemon TCGs. Ich wollte tatsächlich einmal ganz kurz, weil ich habe online keine Listen gelesen, aus was das Deck zusammengebaut ist. Und das wollte ich einmal kurz vorlesen. Und zwar ist da zweimal ein Inteleon V-Max drin, zweimal Inteleon V, zweimal Motineva, dreimal Nomnom, zweimal Inteleons, zweimal Felglion, Drei Memeion, zwei Galar Sigzack, ein Suikoden, drei Luftballon, zwei Vogelprofis, drei Befehle vom Boss, was ganz nice ist, zweimal geräumiger Eimer, zwei Entwicklungsrauchs, vier Superball, drei Marys, eine gewöhnliche Angel, vier Forschung des Professors, vier Flottball, zwei Anziehungsnetze, ein Trainingsplatz und zehn Wasserenergie. Ich hab ein paar Mal schon mit dem Deck gespielt, ich hab online, glaube ich, ein paar Karten ausgetauscht, aber jetzt nichts Großartiges. Ich glaube, ich hab meine Memions gegen andere ausgetauscht. Ähm, ja, ist ein Top-Deck, mit dem man sofort losspielen kann, mehr oder weniger halbwegs competitive und wo man auch irgendwie keine große Angst vor Decks haben muss. Da kann man natürlich noch ein paar Karten austauschen und besser machen. Ich würde zum Beispiel eventuell noch ein drittes Intelion V-Max mit reinnehmen, falls eins in die Preiskarten mit reingelangt. Ähm, ich bin noch nicht so sicher, ob man den Entwicklungsrauch braucht. Ähm, ist praktisch, aber ich weiß nicht, ob dann eventuell nicht ein anderer Draw-Support da irgendwie besser wäre. Ich bin aber auch kein TCG-Profi, ich werd mich da so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit rumspielen und gucken, wo der Weg mit diesem Deck hin so geht. Es gibt online auf jeden Fall ein paar kompetitive Decks, die man sich anschauen kann und nachbauen kann. Ähm, ja, mir gefällt das auf jeden Fall. Ich glaub, das kostet 36 Euro. Da sind auf jeden Fall auch Karten drauf, die man sicherlich, äh, für die Zukunft noch, äh, oder die generell gute Karten im gespielten TCG sind. Von daher, mich freut's. Dazu kommen noch zwei, zwei Wundenmarker und, äh, Würfel. Sowohl so eine kleine Deckbox-Spielregeln für das Pokémon-Sammelkartenspiel und nochmal so ein kleines, äh, so ein kleines Heftchen, wo drinsteht, wie, wie das Deck gespielt werden möchte und wie man das Deck spielt und was man eventuell noch Verbesserungen drin vornehmen kann. Genau. Dann gibt es momentan einen Livestream der Team-Herausforderung oder das Finale der Team-Herausforderung. Das läuft tatsächlich gerade an diesem Wochenende, am 18., 18.28. Mai bis zum 30. Mai. Die News kommt wieder von Pokémon.com. Moderiert wird das Ganze von Jeremy Helen und Kyle Säbelhaus. Das könnt ihr ja, naja, da der Podcast wahrscheinlich morgen online geht, könnt ihr das dann als VUD auf YouTube nochmal nachgucken. äh, ist TCG-Turnier mit, oder was aus Teams besteht, wobei ich glaub, die, also die Spiele sind einzeln, aber die SpielerInnen sind im Team. Ja, falls, falls es euch interessiert, äh, spannender ist das nächste Thema. In dem Fall, ich hab da tatsächlich auch noch nicht, oh, nee, das ist trotzdem spannend, aber nicht, dass so von ich jetzt gerade ausging. Ähm, TCG, Schaurige Herrschaft, Bild und Battlebox wird erscheinen am 18. Juni, ähm, beziehungsweise am 18. Juni erscheint Schaurige Herrschaft. Am 5. Juni wird es die Bild und Battlebox bei ausgewählten EinzelhändlerInnen geben. Das Ganze beinhaltet 23 Karten, ähm, mit Schlüsselkarten aus dem aktuellen und früheren Sets, wie immer eine von vier einzigartigen Holos und vier Booster-Packs, wenn ich mich nicht vertue, von dem neuen Set Schaurige Herrschaft, womit man dann bei Events spielen kann. In der Videobeschreibung gibt es einen Link zu der EinzelhändlerInnen-Suche von Pokémon.com, wo ihr dann quasi eure Postleitzahlen eingeben könnt und dann zeigt euch die Internetseite, wo ihr diese Bild und Battlebox finden könnt. Wir bleiben allerdings bei Schaurige Herrschaft und zwar kamen vor letzter Woche, am 19. Mai ist die News, ähm, die Schimmelreiter und die Rappenreiter Koronos Bar Wimax Karten, zudem noch andere Karten, die wollte ich mir mal kurz mit euch angucken und mal durchlesen. Ich hab sie mir tatsächlich selber noch nicht durchgelesen und angeschaut. Schimmelreiter Koronos Bar Wimax, äh, eine Wasserkarte mit 320 KP, zwei, äh, farblose Energie. Diese Attacke fügt für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners, 30 Schadenspunkte zu. Da haben wir ein Konter also für das, ähm, Ender Nylos Set. Verdammt, wie heißt dieses Pokémon? Naja, dieses letzte Pokémon aus Pokémon Schwert und Schild. Ihr wisst, welches Mann. Äh, zwei Wasserenergie, Dünerlanze, ähm, 10, also 10, also 10 Plus Angriff. Du kannst bis zu zwei Energie von diesem Pokémon auf deinen Ableibestapel legen. Wenn du dies machst, fügt diese Attacke für jede auf dieser Weise abgelegte Karte 120 Schadenspunkte mehr zu. Ähm, ist schwach gegen Metall und kostet zwei farblöse Energien zum Rückzug. Das war der Schimmelreiter Koronos Bar Wimax. Der, äh, Rappenreiter Koronos Bar Wimax ist eine Psychokarte mit 320 KP, hat eine Fähigkeit, Tür zur Unterwelt. Einmal während deines Zuges kannst du eine Psychoenergiekarte aus deiner Hand an ein Psycho-Pokémon auf deiner Bank anlegen. Wenn du auf diese Weise Energie an ein Pokémon angelegt hast, ziehe zwei Karten. Ähm, als Attacke drei, Farblose Energie, Dünergeist plus 10. Diese Attacke fügt für jeder an alle deine Pokémon angelegten Psychoenergie 30 Schadenspunkte zu. Spannend. Ähm, rückzukosten auch wieder zwei, ist schwach gegen, ist das Unlicht, Dark, ich weiß es gar nicht genau, und Resistenz gegen Kampf mit minus 30. Dazu gibt es noch eine neue Itemkarte, die vorgestellt worden ist, der Nebelkristall. Durchsuche dein Deck nach einer Psychoenergiekarte oder einer Basis-Psycho-Pokémon-Karte. Zeige jene Karte deinem Gegner und nimm sie auf deiner Hand. Moment. Mische anschließend dein Deck und ein uralter Friedhof. Das ist ein Stadion. Lege jedes Mal, wenn ein Spieler eine Energiekarte aus seiner Hand an ein seiner Pokémon, das kein Psycho-Pokémon ist, anlegt, zwei Schadensmarker auf jenes Pokémon. Moment. Lege jedes Mal, wenn ein Spieler eine Energiekarte aus seiner Hand an eins seiner Pokémon, das keine Psycho-Pokémon ist, anlegt, zwei Schadenspunkte auf das. Also wenn ich meine Pokémon, also wenn ich Energie an meine Pokémon lege, ähm, bekomme ich automatisch zwei Schadensmarker. Hm. Aua. Spannend. Das ist eine spannende Karte, das ist eine coole Karte. Sowas gefällt mir, solche Mechaniken. Dazu wurden noch Formios vorgestellt mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wetterlesen, wenn du acht oder mehr Stadionkarten in deinen Ablagenstark blasst, ignorierst alle Energie in den Attackenkosten dieses Pokémon. Acht oder mehr Stadionkarten. Okay. Ähm, Hochdruckstoß. Lege eine Stadionkarte im Spiel auf den Ablagestapel. Wenn du das nicht machen kannst, hat diese Attacke keine Auswirkung. Spannend. Das ist Formio in der Sonnenform. Die haben alle dieselbe Fähigkeit tatsächlich, aber unterschiedliche Attacken. Spannend. Das ist vielleicht auch ein lustiges Deck. Sieht mir eher aus nach so einem kleinen Fun-Deck. Ich weiß nicht, ob das kompetitiv was reißen kann. Das war die Vorstellung von Schaurige Herrschaft oder von den ersten Karten aus Schaurige Herrschaft erscheinen am 18. Juni 2021 mit über 190 Karten im Set. Dann kommen wir schon zum letzten Thema und zwar zum Anime. Die Pokémon The Johto Journeys, also die dritte Staffel des Animes, ist released worden. Wieder von Polyband am 18. Mai. Das war letzten Freitag. Die habe ich mir schon gegönnt und ich muss sagen, ich bin ein bisschen disappointed. Ich war von den ersten zwei Staffeln sehr, sehr begeistert. Auch von der Qualität, die da noch bei rauskommt aus so einer DVD und aus diesen alten Pokémon-Folgen. Allerdings sieht es zumindest für mich so aus, wenn ich das, soweit ich das gesehen habe, sind oder ist die dritte Staffel schon die Interlaced. Ich sage das jetzt einfach mal. Menschen, die sich damit auskennen, werden verstehen, was ich damit sage. Menschen, die sich damit nicht auskennen, wahrscheinlich nicht. Ich kann es kurz erklären. Also, das Ganze kommt aus einer vergangenen Zeit, aus anderer und alter Videotechnik. Was dafür sorgt, das hat man bestimmt schon mal gesehen, dass es in den Videos eine Kammbildung gibt. Das heißt, ich kann das so schwer beschreiben, das sieht halt so aus, als wenn eine Hälfte des Bildes verschoben wäre und die andere auch. Und das wie so ein Kam ineinander reichen würde. Das sieht total hässlich aus und ist nicht schön. Und diese alten Pokémon-Staffeln, also die erste Staffel und zweite Staffel, die von Polybarn released worden ist, hatten dieses Interlacing, also diese Kammbildung noch. Das kann man, oder das sieht auf echten, auf neuen Monitoren sieht das ziemlich kacke aus, das kann man allerdings rausrechnen. Relativ gut tatsächlich, je nachdem, wie viel Rechenleistung man darauf raufmelden möchte. Ähm, das habe ich auch, äh, gemacht und das sieht auch sehr, sehr schön aus. Allerdings, so wie ich das zumindest sehe, ist bei der dritten Staffel dieses, die Interlacing schon passiert, aber nicht hundertprozentig perfekt und nicht hundertprozentig schön. Ähm, das heißt, man sieht dann noch Artefakte da drin von diesem Interlacing und das sieht irgendwie ganz, ganz komisch und unnatürlich aus und nicht besonders schön. Das gefällt mir nicht. Ich werde da aber definitiv nochmal ein bisschen investigieren, ähm, ob das, ob diese Behauptung so stimmt. Ähm, das ist zumindest das, was ich gestern gesehen habe, als ich mir das mal so angeguckt habe, hier im VLC-Player. Ähm, man sei gewarnt. Das ist natürlich, die Qualität davon ist nicht kacke oder sowas, aber sie ist eventuell nicht allzu gut wie die ersten beiden Staffeln, wenn ihr da ein schönes, vernünftiges Interlacing drüber laufen lasst. So, 45 Minuten Professor's Talkshow. Boah, das war eine ziemliche Nummer. Ich bedanke mich recht herzlich für euch, falls ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, es war alles verständlich, was ich über dieses Pokémon Go festgeredet habe. Ähm, falls euch der ganze Spaß gefallen hat, falls ihr mich auf Apple Podcast hört, lasst mir doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Ja, gerne schreibt noch was Nettes dazu, da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Andernfalls, ähm, guckt auf meinem Twitter vorbei. Das ist entweder Professor's Talks für diesen Podcast. Da schreibe ich viel Pokémon-Sachen natürlich, äh, aber auch so ein bisschen Nintendo-Sachen allgemein. Und da gibt's natürlich Ankündigungen zu diesem Podcast. Auf meinem normalen Twitter-Account, at Kurzgedanke, schreibe ich natürlich eher mehr private Dinge. Aber auch da kommt ab und zu mal was zu Pokémon. Ansonsten hab ich noch einen YouTube-Kanal, der auch Kurzgedanke heißt. Und einen Twitch-Kanal, at Kurzgedanke, wo ich ab und zu mal stream. Ähm, tja, das war's. Schaut da gerne vorbei. Lasst mir ein Feedback da. Ich hab mich, oder es hat mich sehr gefreut, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.